Herzlich Willkommen zu einer Folge von Overwatch. Wir starten sofort in eine neue Schnellsuche rein, und zwar als Tank, oder Tank, wie auch immer. Übungsgefecht. Und zwar habe ich die letzten Tage öfters mal mit Roadtalk gespielt, und deswegen würde ich immer sagen, die spielen wir dann heute auch mal wieder. Mal wieder. Wir haben noch die noch gespielt, glaube ich, aber wir spielen einfach. Weil, so, einfach so. Okay, danke. Danke, dass ich schießen durfte. Danke, und go! Ich habe die Map richtig selten gespielt, wo man angreifen muss, sonst spiele ich das eigentlich immer nur, wenn ich verteidige. Ob ich mit Roadtalk gut bin, ist halt die andere Frage, aber... Ja. Als letztes Mal ich gespielt habe, war ich nicht ganz so schlecht. Ich habe ihn trotzdem umgebracht. Gekillt, okay. Ist ja hier ja ganz freundlich unterwegs. Boah, so ehrenlos. Aber so leicht kann man mich nicht aufhalten. Ich kann diese Geräusche von dem... ...und da anziehen. Ja, einfach mal Heilung, weil ich keine brauche. So auch gut. So unfair, man. So unfair, man. So unfair, man. So unfair. Also wer desto spielt wirklich... Geht mit aus der Tür raus. Weil... Jetzt geht's doch nicht weiter. Es ist wirklich unfair, ey. Es ist wirklich bestisch. Es ist wirklich bestisch, es ist wirklich krass unfair. Kommt er irgendwie anders hin, ohne dass es sofort bestisch einen abknallt? Tatsächlich. Okay, jetzt go. Ich brauche Unterstützung. Ja. 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 Okay. Okay. Hey, D-Man, komm schon. Ah, wie gut wir sind. Sehr gerne. Ja. 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 Doppelkill! Okay, vielleicht scheiß das Doppelkill wieder raus, weil das... Ja, irgendwie. Ein bisschen cringe. Ist ja eben voll dumm. Erst, ähm, hier Dings so anziehen, mit diesem Hard-Dings-Nach. Wenn man keine Funktion macht, ist schlau. Du, ich wärst schon jetzt mal wirklich, man. Was soll das? Wer ist schon fair? Man kann einfach, egal. Wirklich ist mal. Man muss keine Ahnung von Overwatch haben, keine Ahnung von irgendwas. Habt ihr einfach nur draufballern und man kann eh nicht abgeschossen werden, als hätte du das Widow-Maker also. Das hat bisher instant tot. Was? 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 Wurde! Wurde! Mache, wurde! Da! Da! 60 Sekunden. Aber der ist zu tief, war. Ziemlich mehr witzig. So krass, ehrenlos. So unfair, Mann. Komm, Tja, lass doch unfair. Komm, bitte. Keine Worte. Wirklich keine Worte. Ruhdruck. Ich bin eine Einmahn-Apokalypse. Ja, wer wüsst es? Ich bin eine Einmahe. Nee, nein. Ja, ich bin ein Buhl. Ich bin ein Buhl. Mccf. Ja, ich bin ein Buhl. Ich bin ein Buhl. Boah, hei. Ganz dringend Heilung, Alter. Dankeschön. Talatatata. Ich wollte eigentlich springen, einfach wie so ein Lastus hat runtergeflogen. Ja. Wenn du die Sch confirmest, ist das große Problem. Ja. Ich bin hiermit. Ich bin hiermit. Nehmen Sie mal eine Unterkunft. Ich bin hiermit. 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 ! Stirk! 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 Danke, danke! Dank für die Unterstützung! sehr zuvorkommt Okay, ich stelle einfach nur so fahrend damit, warte, wo dir irgendwas fällt Irgendwas mit Rädern stand da foul Geh, Geh, Geh! Ja wirklich, Herr Felser-Kampf wiederbelebt, ich stand daneben. Ja wirklich, Herr Felser-Kampf, Herr Felser-Kampf. Ja wirklich, Herr Felser-Kampf, Herr Felser-Kampf, Herr Felser-Kampf. Ja wirklich, Herr Felser-Kampf. Mann, Alter. Frechheit. Ja wirklich, Herr Felser-Kampf. 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 Ja wirklich, Herr Felser-Kampf.